Hallo und herzlich willkommen. 17.09 Uhr. Begrüßen möchte ich gerne zur zweiten Ausgabe dieses Jahres, der Schwarz-Gelb-Mahlzeit. Herzlich willkommen und hallo an alle ADESO-Kollegen und natürlich auch die Kollegen von Borussia Dortmund, die sich jetzt heute hier relativ spät noch hier zu uns dazugeschaltet haben. Wir haben heute ein Thema Frauenfußball bei Borussia Dortmund. Da habe ich drei Gäste hier bei mir. Mein Name ist Oliver Kowalke. Ich verantworte hierbei ADESO die Line of Business Sports, kümmere mich also um die Digitalisierungsthemen für unsere Kunden aus dem Sportumfeld. Borussia natürlich einer meiner wichtigsten Kunden, die ich hier auf der Agenda habe. Daher freue ich mich besonders, ja, dass ihr heute hier an Bord seid. Und ja, ich würde euch mal bitten, dass ihr ein paar Worte zu euch sagt. Das mache ich. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Svenja Schlenker und ich darf die Abteilung Frauenfußball bei Borussia Dortmund leiten und zwar von Anfang an und übergeben direkt an euch, Mädels. Ja, hallo zusammen. Ich bin Lisa Klemann und ich bin ja Teil der neu gegründeten Frauenmannschaft des BVBs aus dem letzten Jahr. Ja, ich bin, wie alt bin ich? 34. Genau, gehört ein bisschen zu den älteren Spielerinnen und ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich bin Lena Kölmel. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Wie man an meinem Trikot schon sieht, stehe ich bei Borussia Dortmund in der neu gegründeten Frauenmannschaft im Tor. Und ja, ich bin zehn Jahre jünger als Lisa und ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber ich freue mich, heute hier zu sein. Gut, sehr schön. Ja, wir haben drei Programmpunkte heute mitgebracht. Einmal ein bisschen Retrospektiv auf eure tolle Saison zurückzublicken. Eure erste Saison, die ihr jetzt zu Ende gespielt habt, erfolgreich zu Ende gespielt habt. Dann ein bisschen zu schauen, auf das ist und dann auch in die Zukunft reinzublicken, was ihr denn wohl im Frauenfußball bei der Borussia noch vorhabt. Ja, ich würde sagen, wir beginnen dann mit dem ersten Teil, nämlich mit der Rückschau auf die vergangene Saison. Da war ein Einspieler zu, den wir uns jetzt angucken. Da war ein Einspieler zu, den wir uns jetzt zu Ende gespielt haben. Dann herzlich willkommen bei Borussia Dortmund. Super, danke schön. Ich wollte dich fragen, ob du nächstes Jahr dabei sein möchtest in der Mannschaft. Boah, ähnliche. Ja. Okay, geil. Ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, ja dann kommen wir zum ersten Teil, Rückblick, einmal Frage vielleicht an euch, Borussia Dortmund neu im Frauenfußball angetreten, was hat euch denn motiviert damit zu machen, warum habt ihr euch da damals an dem Auswahlverfahren beteiligt, was hat euch da angetrieben? Ja, also für mich war das einmal meine persönliche Situation, weil ich vor der Entscheidung auch stand, mache ich etwas höherklassig den Fußball weiter oder mache ich nochmal was ganz Neues oder höre ich sogar auf. Und dann kam für mich das eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt und wenn der BVB eine Frauenmannschaft gründet, dann gibt es da glaube ich keine Sekunde darüber nachzudenken, ob man sich dafür bewirbt oder nicht. Also wenn man in Dortmund geboren ist, aufwächst und dann schlägt in der Regel ein schwarz-gelöstes Herz in der Brust und dann ist das selbsterklärend, dass man sich dort bewirbt. So war es auf jeden Fall bei mir. Bei dir? Bei mir war es ziemlich ähnlich. Ich stand jetzt noch nicht an dem Punkt, dass ich überlegt habe, mit dem Fußball aufzuhören. Ich glaube, dafür bin ich dann doch noch ein bisschen zu jung. Aber bei mir war es auch so, ich bin frisch nach Dortmund gezogen und als BVB-Fan, als ich davon gehört habe, dass der BVB eine eigene Frauenmannschaft eröffnet, war es gar keine Frage zu versuchen, mich da zu bewerben. Und ja, als dann das Go kam, das war natürlich, ja, ich habe mich einfach super, super gefreut. Es war eine total schöne Situation. Das habt ihr ja schon vorher gespielt. Was ist so der größte Unterschied zu den vorigen Vereinen? Kann man das irgendwie an ein paar Sachen ausmachen, was jetzt besonders war, was sich in der ersten Saison anders angefühlt hat? Ich glaube, das in ein paar Worte zu fassen, ist super schwierig, weil einfach unfassbar viel anders ist. Also die Strukturen, in denen wir uns bewegen, alles, was uns geboten wird, ist es einfach super professionell. Man könnte zwar meinen, wir spielen aktuell nur in der Bezirksliga, aber es ist ja echt einiges anders als in vergangenen Vereinen. Wir haben einen super Trainingsplatz, wir haben unendlich viele Zuschauer, die uns immer wieder begleiten, die sogar mitkommen irgendwie ins Ausland, die sind uns ins Trainingslager gefolgt. Und ich glaube, das kann man von wenigen Frauenmannschaften, die in unserer Liga spielen, behaupten. Ja, da hat Lena vollkommen recht. Also klar, die ganzen Strukturen drumherum, der ganze Background ist natürlich ein komplett anderer. Was aber, glaube ich, viele, oder was man als Außenstehender gar nicht so oft mitbekommt, ist tatsächlich, dass es auch wirklich so ist, dass der BVB so füreinander einsteht. Also man spürt wirklich diesen Zusammenhalt, auch von ganz oben, also von Carsten Kramer zum Beispiel, der wirklich auch häufig bei Spielen da ist. Und wir sind alle per Du, also so diese schwarz-gelbe Familie, von denen ja irgendwie auch alle immer sprechen, das ist tatsächlich so. Also wenn man ja einmal drin ist, dann kann man tatsächlich sagen, dass das wirklich der Realität entspricht. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu anderen Vereinen, zusätzlich zu den Punkten, die Lena natürlich schon genannt hat. Und wie war dann der Moment, als das Telefon oder die SMS oder die WhatsApp-Nachricht oder was immer gekommen ist? Ihr seid dabei? Was habt ihr da gerade gemacht? Wisst ihr das noch, als die Nachricht euch ereilt? Ich habe es ja eben schon gesagt. Also ich habe mich einfach super, super gefreut. Ich glaube, ich war zu Hause, habe irgendwie im Homeoffice gearbeitet, als Thomas mich angerufen hat. Und er hat mich einfach nur mega gefreut. Ich habe die Tage vorher schon immer wieder in meinen Mails geguckt, weil ich irgendwie damit gerechnet habe, dass ich eine Mail bekomme vielleicht. Und ja, war schon super nervös. Und ich weiß noch, ich konnte es kaum abwarten, das meiner Familie, meinem Freund zu erzählen. Ich glaube, der war gerade noch in irgendeinem Termin und ich konnte dem das gar nicht direkt sagen. Und es war einfach nur ein super cooles Gefühl. Es war sehr, sehr schön. Ja, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Ich bin das schon ein paar Mal gefragt worden. Aber so ganz genau kann ich es gar nicht mehr sagen. Aber klar weiß ich noch, dass ich mich gefreut habe. Ich habe auch ein bisschen gehofft, dass Tommy anruft, weil ich ihn auch ein bisschen kenne. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass das vielleicht mir ein bisschen die Karten spielt. Aber ja, klar. Also man freut sich total, dass das geklappt hat. Und dann wartet man oder kann es eigentlich gar nicht mehr abwarten, dass es dann losgeht. Und ja, ich glaube aber, das ging uns allen so. Wir haben uns alle super gefreut, dass wir dabei sein durften. Ja, schön. Svenja, deine grundsätzliche Einschätzung für die Entwicklung Frauenfußball, wenn man mal einmal das Bild ein bisschen größer zieht, was würdest du denn da so als Lagebericht aus deiner Sicht abgeben? Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die EM, die gerade im Sommer gespielt wurde, eine unheimlich große Strahlkraft hat. Ich selber muss zugeben, ich habe noch nie so viel Frauenfußball geguckt wie im Sommer, weil es auch einfach so viel Spaß gemacht hat und ich habe so mitgefiebert. Und ich finde, dadurch haben die Frauen, wenn wir über Deutschland sprechen und die deutsche Frauennationalmannschaft sehe, ein viel größerer Teil aus der Mannschaft hat ein Gesicht bekommen, weil sie einfach in den Medien sehr, sehr präsent waren und endlich mal entsprechend und sehr anerkennt darüber berichtet wurde. Es gab eine tolle Doku. Ich finde, das allein hat den Frauenfußball schon gestärkt und ich durfte letzten Freitag dabei sein beim Eröffnungsspiel der Frauenbundesliga beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Das hat in Frankfurt stattgefunden und das war ein Zuschauerekord von, ich glaube, 23.200 Fans, die im Stadion waren. Und das war nicht nur für mich ein cooles Gefühl, sondern wirklich auch, ich glaube, für die Mädels auf dem Platz. Und so kann es sehr, sehr gerne weitergehen. Jetzt hast du ja hier die Mannschaft mit geplant, geplant, aufgestellt. Wie viel Zeit hast du dafür? Wie lange hat das gedauert? Also irgendwann gibt es eine Entscheidung, wir machen das jetzt, wir müssen an Bord und hast gesagt, so, fangen wir jetzt mal an. Was waren denn da deine ersten Schritte und wie lange hast du gebraucht, um das hinzustellen, was dann entstanden ist? Also rückblickend gesehen hatte ich sehr, sehr viel Zeit. Wir haben, ich glaube, im November 2019 hat unsere Mitgliederversammlung stattgefunden, in der nochmal explizit dann auch von unseren Mitgliedern gefragt wurde, was ist mit Frauenfußball beim BVB? Wieso habt ihr noch keine Mannschaft? Dann haben wir gesagt, ja, ihr habt recht, wir kümmern uns jetzt wirklich mal darum. Carsten Kramer und ich haben uns intern Gedanken gemacht, wie wir es angehen wollen. Wir haben eine Projektgruppe gegründet, wir haben all unsere Mitglieder befragt mit einer Online-Umfrage, welchen Weg wir gehen sollen. Wir haben dann im Oktober 2020 die Abteilung gegründet und von da an konnte ich so die Arme hochkrempeln und sagen, so, jetzt geht es tatsächlich ans Eingemachte. Ich habe ein Trainerteam gesucht. Wir haben dann zusammen überlegt, wie können wir die Spielerinnen auswählen. Wir waren mitten im Lockdown, mitten in der Corona-Pandemie und mussten dann eben auf Videosichtung. setzen und ja, haben dann viele Abende damit verbracht, die Bewerbungsvideos anzuschauen. Und ja, mussten anhand dessen tatsächlich uns entscheiden, welche Mädels wir nehmen. Wir haben dann nochmal im kleineren Kreis ein kleines Probetraining gemacht und das war quasi so der Recall. Und daraus ist ein fantastischer Kader, wie ich finde, aus 24 Mädchen und Frauen entstanden. Ja, und war ja auch erfolgreich. Ja, absolut. Und beim Auswahltraining, gab es da irgendwelche besonderen Punkte, auf die ihr geachtet habt? Oder ist das auch eine Gefühlsfrage wahrscheinlich ein bisschen, aber irgendwelche Härte und Fakten, die man sich da anschaut, wird es ja wahrscheinlich gegeben haben. Naja, also zum einen das Naheliegendste. Wir konnten nicht jede Position dreifach, vierfach, fünffach besetzen. Wir haben ein bisschen darauf geachtet, dass wir erfahrenere Spielerinnen haben, so wie Lisa, aber auch jüngere Talente oder sogar noch, du bist ja so mittendrin eigentlich, noch jüngere Mädels, um sie langfristig weiterzuentwickeln. Uns war aber auch ganz, ganz wichtig, den Mädchen- und Frauenfußball in Dortmund nicht kaputt zu machen, dadurch, dass wir jetzt als Borussia Dortmund kommen. Und uns natürlich klar war, dass viele Fans bei uns spielen möchten, haben uns auf die Fahne geschrieben, maximal ein bis zwei Mädchen und Frauen aus einer Mannschaft zu nehmen. Da haben wir darauf geachtet. Und der dritte Punkt war, dass wir es cool finden, Mädchen bei uns spielen zu haben, die aus der Region kommen. Und deswegen haben wir einen Umkreis von 35 Kilometern gewählt, den wir versucht haben, noch einzuhalten. Weil wenn man in der Kreisliga spielt und dreimal die Woche zum Training kommen muss und jedes Mal die einfache Strecke vielleicht 50 Kilometer fahren muss, ich finde, das steht nicht im Verhältnis und deswegen waren das so unsere Kriterien. Und jetzt ist da ja ein ganz neues Team entstanden, das ist ja eigentlich im Mannschaftssport eher selten. Da entwickeln sich Mannschaften ja oft über einen sehr langen Zeitraum und genau da, wo ihr jetzt am Anfang steht. Hat das irgendwas Besonderes ausgemacht, so eine ganz neu zusammengestellte Truppe dann zu formen und auch erfolgreich zu machen? Gab es da einfach die besonderen Herausforderungen diesbezüglich? Ja, also für mich die besonderste Herausforderung war, alle Namen zu lernen. Ich stand immer mit einem Spickzettel da rum und so, wer will die nochmal, wer will die nochmal? Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Ich glaube, das ging schneller und das könnt ihr bestätigen, wenn man sich öfter beim Training sieht und miteinander spielt und sich auch kennenlernt. Und ich glaube, uns war von Anfang an klar, dass das Team natürlich ein großes Potenzial hat. Wir haben sie alle vorher gesehen. Aber das E-Tüpfelchen in einer Mannschaft ist immer der interne Zusammenhalt und geben sie auch wirklich Vollgas, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, weil dann ist es das Mannschaftsgefüge, was greifen muss. Und da haben wir gesehen, dass es natürlich nicht von Anfang an da war. Die meisten kannten sich gar nicht, die haben sich noch nie im Leben vorher gesehen. Die eine oder andere hat mal irgendwann früher in einer anderen Liga gegen eine neue Mitspielerin gespielt. Aber das hat so ein bisschen gedauert. Wir waren aber auch im Trainingslager und konnten dann uns da alle besser kennenlernen. Und das war so die größte Herausforderung am Anfang, die ich gesehen habe. Okay. Ja, so eine richtige Krise habt ihr, glaube ich, gar nicht mitgemacht in der Saison. Also steht die Probe dann noch auf. Gut. Also der Bewerberprozess, habt ihr da aktiv Leute eingeladen? Also wie habt ihr sozusagen gescoutet? Wie seid ihr darauf gekommen? Oder habt ihr einfach nur geboardcastet, wir wollen, habt gewartet, wer kommt? Oder habt ihr auch tatsächlich gezielt Leute angesprochen und wirklich gewohnt? Nee, wir haben tatsächlich gesagt, jede ist willkommen. Es gab ein, zwei, drei Kriterien zu erfüllen, unter anderem die, die ich eben genannt habe. Und dann haben wir uns jedes Video angeguckt von jeder Bewerberin. Und die meisten haben tatsächlich auch direkt im BVB-Trikot trainiert und wollten damit nochmal besonders zum Ausdruck bringen, dass sie doch große BVB-Fans sind und Lust haben bei uns zu spielen. Aber nee, da wollten wir uns nicht schon von vornherein irgendwie begrenzen. Okay. Gut. Ja, ich glaube, das war es zum ersten Themenblock. Jetzt kommen wir gleich zum zweiten. Und dazu sehen wir auch einen Einspieler. Ja, ich glaube, das war es zum ersten Mal. Und da ist drin. Gut dabei, gut dabei, kommt sie noch hin? Kommt sie hin? Jawohl! Gitten! Annika Billig, da macht sie es! 34. Ja! Unsere 13 schießt noch ein Tor. Stimmt. In der 82. Minute steht es 4 zu 0 für Borussia Dortmund. Stimmt! Nein, 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 nein! Ja, nein, nein! Borussia Vellpao. Borussia Vellpao. Borussia Vellpao. So, schöne Bilder von der letzten Saison, denke ich mal, habt ihr wahrscheinlich noch gut in Erinnerung. Erstmal frage ich an euch, was macht ihr eigentlich hauptberuflich neben dem Fußball, den ihr ja dann doch auch intensiv betreibt? Was macht ihr da? Ja, also ich arbeite als Physiotherapeutin hier in Dortmund im Krankenhaus. Ja, das ist mein Hauptberuf. Vollzeitjob tatsächlich. Ja, ich arbeite in Vollzeit, ja. Und was machst du? Ja, ich mache gerade noch meinen Master in strategischer Produkt- und Innovationsentwicklung und arbeite nebenbei als Werkstudentin in einer Innovationsberatung. Und habt ihr da besondere Herausforderungen, das alles übereinzukriegen? Ihr habt ja jetzt eine höhere Trainingsfrequenz, möglicherweise, als ihr vorher gehabt habt, Trainingslager, Spieltage, die vorzubereiten und die durchzuführen sind. Habt ihr da irgendwelche Themen, das zu vereinbaren mit eurer Berufstätigkeit oder ist das easygoing, kein Problem? Also, es ist manchmal viel, ich glaube, das kann man so sagen, aber Fußball ist halt nach wie vor einfach als Sport ein super Ausgleich. Und deswegen ist es keineswegs so, dass es irgendwie eine zu hohe Belastung ist, sondern eigentlich eher genau der richtige Ausgleich, den man daneben noch braucht. Und ja, zumindest bei mir ist es so, dass ich in meinem Studium und meiner Arbeit super flexibel bin und deswegen auch sowas wie ein Trainingslager oder so überhaupt kein Problem darstellt, dass man da mitführen kann. Ja, ich bin es ein Stück weit gewohnt, weil ich das ja schon ein paar Jahre auch in der Intensität, also was jetzt die Trainingsintensität und auch Auswärtsspiele angeht, schon eine Zeit lang mache. Aber ich muss schon sagen, dass es mit zunehmendem Alter auch anstrengender wird. Ich habe zwei Kinder zu Hause, ich arbeite Vollzeit. Da ist es natürlich immer ein bisschen schwierig oder auch mal anstrengend, das alles unter den Hut zu bekommen, aber ich weiß für mich, dass Fußball zeitlich begrenzt ist und alles hat seine Zeit. Und ich will die Momente jetzt komplett genießen und so viel mitnehmen wie möglich. Klar, man hat die eine oder andere Reise mehr, den einen oder anderen Termin jetzt mal mehr. Beim WVB ist das so, bei anderen Vereinen in der Vergangenheit der Fall war. Aber ich finde, wie gesagt, man sollte in dem Moment leben und alles mitnehmen und alles genießen, was jetzt da ist. Und von daher ist es ein Mehrwert oder ein Mehraufwand, der sich zu jeder Zeit rentiert und der es absolut wert ist. Jetzt habt ihr ja ein wahnsinns Torverhältnis hingelegt. 143 Tore geschossen und drei kassiert in 18 Spielen. Das ist eine beeindruckende Bilanz, würde ich mal sagen. Was ich mich so frage, wie schafft ihr das, die Spannung dann hochzuhalten? Also ich meine, irgendwann wisst ihr ja, okay, wir sind in dieser Liga ein Stück weit immer in der Favoritenrolle unterwegs. Wie habt ihr da die Spannung aufrechterhalten, um das so durchzuziehen? Und letzten Endes in der Konsequenz mit so einer Wahnsinnsschlussbilanz dann, wie habt ihr das gemacht? Gab es da ein Rezept? Habt ihr euch irgendwie besonders mit Ritualen aufrecht gehalten? Oder wie habt ihr das geschafft, so die Spannung in der Mannschaft zu halten und so erfolgreich zu sein? Also ich glaube, es war nie unser Ziel, einfach nur irgendwie zu gewinnen. Ich glaube, wir als Mannschaft und unser Trainerteam und alle, die irgendwie mit der Mannschaft zu tun haben, hatten immer den Anspruch, sich weiterzuentwickeln, als Team zu wachsen. Gerade vor einem Jahr sind wir irgendwie ganz neu zusammengewürfelt worden. Und ja, ich glaube, es gibt kein Spiel, was wir hoch gewonnen haben, wo wir uns über das letzte Tor nicht genauso gefreut haben wie über das erste. Das heißt, es ging nie darum, einfach zu gewinnen, sondern als Team zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und die Spielzeiten einfach dafür zu nutzen. Habt ihr irgendwelche besonderen Rituale in der Kabine, vorm Spiel, irgendwelche Dinge, die man tut, um, ja, Sportler sind ja manchmal ein bisschen abergläubig. Habt ihr sowas auch oder eher nicht? Ja, ich glaube schon, oder? Kannst du mal vormachen? Ja, also wir haben, ja, wir haben, ich weiß auch nicht, wie das kam, wir haben in unserer Heimkabine einen sehr, 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 sehr großen Tisch und da passen wir alle wunderbar drumherum und wir haben es uns irgendwie, wie gesagt, zum Ritual gemacht oder es hat so angefangen und jetzt machen wir es irgendwie, wann immer wir wo auch immer einen Tisch finden, ja, so ein Klatschritual, ne? Und das ist so ein bisschen, ah, wenn man es Ritual nennen soll, es wird wahrscheinlich noch mehr Rituale, aber wir versuchen das regelmäßig zu machen und es ist auf dem Wege eins zu werden, denke ich. Hat ja bisher auch geholfen. Ja. Das war weitermachen, sehr schön. Im Mannschaftssport oder überhaupt im Sport ist ja auch so eine gewisse Disziplin ganz wichtig. Es gibt ja manchmal Strafenkataloge, mit denen gearbeitet wird, wo der Trainer sagt, zu spät kommen oder irgendwas anderes falsch oder schlecht gemacht. Habt ihr so einen Strafenkatalog auch oder gibt es sowas bei euch nicht? Wenn ja, was ist am teuersten? Wir haben einen Strafenkatalog, allerdings nicht von den Trainern aufdiktiert, sondern wir haben den als Mannschaft selbst zusammengestellt, weil uns eine gewisse Disziplin auch einfach wichtig ist und ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was am teuersten ist. Ich denke, dass unabgemeldete, oder das ist nicht der Schein zum Spiel, ist mit 50 Euro, glaube ich, oder mit 25. Nee, 50, glaube ich, am teuersten. Ja, mit am teuersten, aber auch berechtigterweise mit am teuersten. Ja, spannend. Aus so einer Sicht von der Abteilungsleitung, sind das für dich besondere Themen, berufliche Sachen und Sportthemen zusammenzubringen für die Spielerinnen? Tut ihr da was als Verein? Habt ihr da eine Herausforderung mit? Oder sagt ihr, ja, kriegen alle ganz gut hin, ist für uns eigentlich kein Thema, was wir besonders adressieren müssen? Nee, also als selbstverständlich würde ich das jetzt nicht betrachten. Also klar sagen wir, hey, ihr habt alle euch dazu entschieden, bei uns zu spielen und ihr wisst, wir sind ambitioniert und muss man vielleicht das eine oder andere Körnchen mehr geben. Aber wenn jemand berufliche Termine hat, die er unbedingt wahrnehmen muss, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann ist da keiner böse, man kann mit uns über alles sprechen. Andersrum, wenn wir in ein Trainingslager fahren oder fliegen, muss man sich zwei Tage Urlaub nehmen. Und das machen auch alle, wenn es die Arbeit irgendwie zulässt, ohne zu murren. Und deswegen, glaube ich, können wir da einfach ganz offen und immer darüber sprechen. Und beide Seiten haben Verständnis füreinander. Von daher gibt es da keine Probleme. Korrigiert mich, wenn ihr es anders seht. Stimmt. Nee, es werden auch mal extern, also es werden auch Lösungen, es gibt auch mal Lösungen, wenn irgendwas mal nicht passt, dann werden auch individuelle Lösungen geschaffen. Also da muss man schon sagen, es ist sehr, sehr gut. Jetzt ist die Saison ja so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Am Ende steht da dieses Wahnsinns-Torfeld. Hast du so eine Überlegenheit erwartet, als du die Mannschaft zusammengestellt hast? Also hast du dir gedacht, mit der Truppe schließen wir alles kaputt? Oder hast du gesagt, okay, wir spielen eine gute Rolle, aber so gut, da war jetzt nicht mit zu rechnen. Wie war da so deine Einschätzung vor der Saison? Wie würdest du es jetzt dann retrospektiv sehen? Also ich habe nicht mit so einer extremen Überlegenheit gerechnet, die wir auch nicht in jedem Spiel eigentlich hatten. Also wir hatten auch oft zu kämpfen und niemand hat uns auch nur ein Tor oder einen Punkt geschenkt, was ich ja auch cool finde. Ich wusste, dass wir eine starke Truppe haben. Ich wusste, dass wir ein bisschen Zeit brauchen, um uns einzuspielen. Wir mussten Zeit finden, dass wir Automatismen irgendwann greifen. Und ich habe höchstens so einen neuen und einen anderen Druck auf einmal verspürt, weil ich kann ja, wenn die Mädels auf dem Platz sind am Sonntag, kann ich ja selber nicht mehr eingreifen. Und auf einmal ist da so ein sportlicher Druck. Und ich verstehe jetzt jeden Kollegen oder jede Kollegin, die im Sport arbeitet, die sagen so, boah, das ist schon manchmal echt ganz schön hart, weil man kann einfach in dem Moment nichts machen. Aber ich möchte das alles gar nicht missen. Und wie gesagt, mit diesem Druck hätte ich nicht gerechnet und mit einer extremen Überlegenheit auch nicht. Aber schon, dass wir die Meisterschaft für uns entscheiden können. Wie bleibst du so in der Mannschaft dran in deiner Rolle? Wie läuft da so die Kommunikation? Wie machst du das so in deiner Rolle, in deinem Alltag? Ja, also es klappt seltener, als ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Ich glaube, in den ersten Wochen war ich fast bei jedem Training. Und klar, ich wollte ja auch alle kennenlernen, was dann auch im Trainingslager irgendwann ein bisschen besser geklappt hat. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall natürlich sonntags immer bei den Spielen dabei, soweit es mir möglich ist. Und hin und wieder mal beim Training. Dann haben wir vielleicht so eine Veranstaltung wie heute, zu der wir mal zusammengehen. Ich war natürlich auch im Trainingslager dabei. Und ansonsten, klar, es gibt immer mal wieder individuelle Berührungspunkte zu spezifischen Themen. Aber wir haben so einen ganz tollen Teammanager als Bindeglied dazwischen, der dann nochmal viel näher an der Mannschaft dran ist. Und ja, von daher könnte es manchmal ein bisschen mehr sein. Aber mehr schaffe ich auch oft manchmal nicht. Und ich glaube, dass unser Kontakt trotzdem total gut ist und ich immer ein offenes Off für alle habe, wenn was ist. Und jede weiß, dass man mich immer ansprechen kann. Das ist absolut in Ordnung. Okay. Ja, dankeschön. Das war es zum Themenblock 2. Jetzt haben wir noch einen neuen Einspieler für den Themenblock 3. Etwas nach vorne zu schauen. Das war es zum Thema. Das war es zum Thema. Das war es zum Thema. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 So, dann kommen wir zu Themenblock 3. Das ist der Saisonstart, das Trainingslager und die Etablierung der zweiten Mannschaft und der Ausblick auf das, was jetzt dann auf euch zukommt. Vorbereitung jetzt nach der Saison. Gab es da irgendwie einen speziellen Fokus, den ihr irgendwo drauf gerichtet habt? Auf, was weiß ich, Taktik oder Kondition oder Zusammenspiel? Habt ihr viele neue Spielerinnen zu integrieren gehabt? Gab es da irgendwas an Besonderem, was ihr daraus berichten könnt aus eurer Vorbereitungszeit? Wir hatten jetzt halt in diesem Jahr den Vorteil, dass wir uns als grobe Mannschaft schon in weiten Teilen gefunden hatten. Wobei ich auch immer der Meinung bin, dass man auch nach einem Jahr der Zusammenstellung noch nicht sagen kann, dass man als Mannschaft komplett homogen geschlossen ist. Ich glaube, das ist noch ein Prozess, der dauert, der geht immer weiter. Aber trotzdem haben wir jetzt natürlich nicht mehr das Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass wir uns kennenlernen müssen, sondern wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir so ein bisschen im taktischen Bereich arbeiten konnten und ein bisschen mehr Spieleröffnung. Ja, wie gesagt, viele taktische Dinge neben der physischen Grundlage natürlich, die man ja in einer Vorbereitung immer macht. Ja, und natürlich, klar, die neuen Spielerinnen, wie du das jetzt angesprochen hast, die musste man natürlich auch integrieren, wobei die ein oder andere, glaube ich, für die ein oder andere schon ein bisschen auch ein bekanntes Gesicht war. Aber trotzdem auch, da war natürlich die Integration ein bisschen wichtig. Das war ganz gut, dass wir mit diesem Trainingslager diese viele Zeit hatten, das zu machen. Und ich glaube, zusammenstellend kann man sagen, das hat dann gut funktioniert. Was sind denn deine persönlichen Ziele für diese Saison, die jetzt läuft? Und also deine persönlichen Ziele als individuelle Spielerin und natürlich auch die Ziele mit der Mannschaft. Ich glaube, als jüngste Torhüterin im Bunde kann ich auf jeden Fall sagen, dass mein Ziel ist, einfach ganz, ganz viel Erfahrung zu sammeln, mich sportlich einfach immer weiterzuentwickeln und einfach weiterhin so erfolgreich zu sein wie letzte Saison. Und bei dir? Hast du dir was Persönliches vorgenommen für die Saison? Ja, ich möchte auf jeden Fall, also mein Ziel ist generell, so lange wie möglich zu spielen, also fit zu bleiben. Also das ist natürlich für jede Spielerin immer wichtig, sportlich gesund zu bleiben, also sich nicht zu verletzen. Aber ich glaube, je älter man wird, desto mehr wünscht man sich, dass man sich nicht verletzt, weil der Wiedereinstieg dann sehr, sehr schwierig oder schwieriger wird als mit zehn Jahren weniger auf dem Konto. Aber ja, da bin ich mal ganz optimistisch. Und ja, als Mannschaft wünsche ich mir oder für die Mannschaft, für meine Mannschaft, für unsere Mannschaft wünsche ich mir natürlich, dass wir uns weiterentwickeln. Das haben wir natürlich jetzt auch nochmal mit Verstärkung gemacht. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sich nie damit zufrieden gibt, was man hat, sondern man muss weitermachen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Mannschaft auch erkennen, dass wir von den Neuzugängen auch profitieren, dass jeder Einzelne profitiert, weil man von sportlicher Qualität, und wir haben nicht nur sportliche Qualität, wie ich finde, sondern auch menschliche Qualität dazu gewonnen, weil ich glaube, sag mir, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, alle neuen Spielerinnen sind auch wirklich menschlich, also komplett gut eingeschlagen. Also da gibt es überhaupt gar keine Differenzen. Es fühlt sich an, als wären sie noch nie nicht da gewesen. Und ja, da wünsche ich mir einfach, dass wir als Mannschaft nochmal, dass unser Spiel sich noch weiter verbessert, dass wir eben nicht aufhören, weiterzuarbeiten und das von Jahr zu Jahr so weitergeht. Wie würdet ihr den Saisonstart bewerten, der jetzt schon hinter euch liegt? Was würdet ihr da so als Zwischenfazit ziehen? Ja, ich glaube, wir haben die letzten drei Spiele gewonnen, zu null gespielt. Also eigentlich kann man kaum was Negatives dagegen sagen. Ich glaube, am Anfang haben wir doch einen kleinen Moment gebraucht, um uns wieder so ins Spiel reinzufinden. Ich glaube, jetzt in der Bezirksliga kommen in gewisser Weise doch auch andere Herausforderungen teilweise auf uns zu. Die Körperlichkeit ist teilweise einfach ein bisschen höher als in der Kreisliga. Aber ich glaube, wir haben das bis jetzt sehr souverän gemeistert. Und ja, ich hoffe, dass es genauso weitergeht. Jetzt habt ihr ja eine neue Mannschaft noch dazugenommen, eine zweite Mannschaft aufgemacht. Was sind da die Motivationen dahinter? Warum habt ihr das getan? Das haben wir vor allem deswegen getan, weil die Nachfrage nach einem Platz in der Frauenmannschaft von Borussia Dortmund nicht nachgelassen hat. Also ich glaube, wir haben jede Woche zwei, drei E-Mails bekommen mit der Frage, gibt es noch mal ein Probetraining? Kann ich mal vorbeikommen? Ich möchte auch bei euch spielen. Ich finde das so cool. Ich bin der größte BVB-Ferberhaupt. Und wir haben natürlich auch gesagt, dass wir ja so ein bisschen auch eine Verstärkung noch aus der zweiten Mannschaft irgendwann generieren können. Also die zweite Mannschaft ist schon mal jünger. Sie wird sich bestimmt auch noch in den nächsten Jahren noch mehr verjüngen. Und gerade junge Spielerinnen müssen erst mal ein bisschen Spielpraxis sammeln, um dann vielleicht auch in einer höheren Klasse herangeführt zu werden. Und deswegen war es für uns ganz klar, dass wir dann noch nachlegen wollen. Das Auswahlverfahren war dann aber ein anderes als bei der ersten Mannschaft. Also mehr die Leute, die gerne wollten, die haben dann, wenn sie dann passend mit reingenommen. Aber es war ein bisschen anders. Die Nachfrage war ähnlich groß. Auf dieses Jahr muss man kein Video einstecken, weil wir konnten tatsächlich an einem Samstag was, glaube ich, den ganzen Tag ein Training machen in verschiedenen Gruppen. Wir haben dann vorher geguckt, füllen auch diese Bewerberinnen die Kriterien, die wir vorgegeben haben. Und ja, standen alle mit dem Klemmbrett auf dem Platz und haben dann immer geguckt, wer wo am besten hinpassen würde, wer Potenzial hat. Und das war auch cool. Und jetzt könnte man ja noch einen drunter packen, Mädchenfußball einsteigen. Plant ihr das oder wie ist da noch nicht genau? Nee, planen wir auf jeden Fall. Kann ich auch schon sicher sagen, dass wir im nächsten Jahr eine U17 noch gründen werden. Und wenn es nach mir ginge, würden wir natürlich noch weitere Mannschaften gründen. Aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Geduld haben. Unser Zuhause ist ja die Fußballakademie im Rabenloh, so im Schatten des Signal-Duna-Parks. Und da sind sehr, sehr, sehr viele Fußballkurse, die die Akademie anbietet. Dort trainiert noch unser Walking-Football-Team, die Traditionsmannschaft. Und irgendwann sind da die Kapazitäten eben dann auch mal ausgeschöpft. Aber uns war es ganz wichtig, auch eine Jugendmannschaft zu haben. Deswegen wird es definitiv nur U17 geben. Und wer weiß, wir sind ja erst ganz am Anfang. Wir haben noch so, so, so viele Jahre vor uns, was in den nächsten Jahren dann irgendwann noch zu machen ist. Und wenn man so auf die nächsten zwei, drei Jahre guckt, um einfach mal irgendeinen Horizont zu nennen, was sind da so die Ziele von Borussia Dortmund im Frauenfußball? Na, wir wollen uns treu bleiben. Wir wollen weiterhin ambitionierten und guten Fußball spielen. Und wenn es uns irgendwie möglich ist, auch immer hochklassiger. Okay, nochmal aufsteigen. Ja, ich glaube, dann sind wir auch mit Block 3 tatsächlich durch. Jetzt gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Vielleicht, ja, genau, an die Spielerin. Die Frage ist, mit wie vielen Jahren habt ihr angefangen, Fußball zu spielen? Wie lange spielte ihr denn schon? Ich habe tatsächlich relativ spät angefangen. Ich glaube, ich war 13 oder 14, als ich angefangen habe. Und ja, wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen. Ich habe ganz kurz im Feld gespielt und dann ging es aber relativ schnell, dass wir keinen Torwart hatten und ich mit meiner Größe einfach prädestiniert für die Position war und ja, dann in einem Turnier im Tor gespielt habe und mich da so wohl gefühlt habe, dass ich da geblieben bin. Und bei dir? Ja, jetzt bin ich 34. Ich habe mit viel angefangen, also seit 30 Jahren. Also schon ein bisschen länger als Lena. Na gut, ich bin natürlich auch ein bisschen älter. Also ich kenne noch die Dortmunder Rote, den roten Rasen, wie man das hier im Rohrpott, glaube ich, so schön sagt. Also ich bin noch auf Asche aufgewachsen. Ich habe früher noch meine, meine Fußballschuhe schön mit, die ja früher noch aus Leder waren, heute ist ja vieles Kunststoff, noch richtig schön vor jedem Spieltag, samstags natürlich in der Jugend, noch mit Leder eingefettet und die rote Asche darunter poliert. Also ich habe schon ein paar Jahre mehr, glaube ich, auf dem Buckel und auch schon viele Sportplätze in und um Dortmund herum gesehen und ja, von dem her, ja, seit 30 Jahren. Schon lang. Was ist euer Lieblings-Bundesliga-Verein im Frauenfußball? Habt ihr einen oder wenn ja, welchen? Also ich muss sagen, bei mir ist es auch ähnlich wie bei Svenja, dass ich seit dem letzten Jahr den Frauenfußball irgendwie noch deutlich mehr verfolge als vorher, weil einfach, ja, es ist total spannend und cool ist, sich diese Spiele auch anzugucken und weil da auch einfach so viel fußballerische Qualität natürlich drinsteckt und das einfach sehr inspirierend ist, sich das auch anzuschauen. Ich finde Eintracht Frankfurt vom Auftritt her einfach sympathisch. Ich mag Spielerinnen der Mannschaft und ja, verfolge das so ein bisschen. Aber so, dass es jetzt mein absoluter Lieblings-Verein ist, kann ich gar nicht sagen. Also ich verfolge einfach die Frauen-Bundesliga ganz gern. Und bei dir? Ja, es ist bei mir, ja, ähnlich. Also ich würde mich da, also ich kann mich da jetzt auch auf niemanden festlegen, weil, ja, der BVB noch nicht in der Bundesliga spielt, zumindest die Frauen nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich hatte das Vergnügen, schon mal gegen VfL Wolfsburg zu spielen und ich glaube, der VfL Wolfsburg macht ja auch im Ideal relativ viel, sodass man da schon mal so ein paar Einblicke hat und das sieht immer sehr sympathisch aus, aber das ist auf keinen Fall jetzt, dass ich sage, das ist mein Lieblingsverein oder einer meiner Lieblingsvereine. Das wäre jetzt auch ungerecht, das irgendwie zu sagen, dass da irgendjemand irgendwie hervorstechen würde oder so. Wie gesagt, wenn der BVB in der Frauen-Bundesliga spielt, dann ist es natürlich der BVB. Und wie ist es bei dir? Ich würde jetzt nichts Neues sagen. Nee, muss ich wirklich so sagen. Ich finde es weiterhin gut, dass es die SGS in Schönebeck gibt. Ich finde es gut, dass es Turbine in Potsdam gibt. Ich hoffe, dass sie sich noch lange halten können, gerade auch, wenn wir hier im Ruhrgebiet sind, unser Nachbar aus Essen. Die machen einfach eine richtig gute Arbeit dort und haben sich auch, glaube ich, mittlerweile in der Rolle oder mit der Rolle arrangiert, so ein bisschen so ein Ausbildungsverein zu werden. Also wenn man jetzt mal in die Nationalmannschaft guckt, da waren einige Spielerinnen, die sind in Essen ausgebildet worden. Und ja, von daher drücke ich solchen Verein besonders die Daumen. Aber Hauptsache, es wird cooler, attraktiver Fußball gespielt. Okay. Die höchste Spielklasse, in der du gespielt hast, welche war das denn? Ja, also aktiv ist es die Regionalliga gewesen. Ich hatte das Glück, oder wir hatten das Glück damals mit Berghofen, ja passiv, sage ich mal, aufzusteigen in die zweite Bundesliga. Ja, das war Corona-bedingt. Ja, und war das Corona-bedingt? Musst du dir kurz überlegen. Nee, war gar nicht Corona-bedingt, oder? Nee. Warum sind wir denn eigentlich so aufgestiegen? Ja, weil ihr genug Punkte hattet vielleicht. Ja, stimmt. Ja, wir hatten genug Punkte. Ja, aber dass die Saison wurde jetzt zu Ende gespielt, ist auch egal. Wir sind auf jeden Fall in die zweite Bundesliga aufliegen. Ich habe mich leider verletzt, war für mich damals sehr, sehr ärgerlich. In der Vorbereitung auf die Zettlinge habe ich mir Mittelfuß gebrochen und kam gerade nach der Schwangerschaft. Also, große Ziele und das hat leider dazu geführt, dass ich leider aktiv kein Spiel gemacht habe, aber primär dann, wie gesagt, in der Regionalliga gespielt, aber auch, ja, viele, mit vielen guten Spielerinnen auch zusammengespielt, mit tollen Leuten zusammengearbeitet und jetzt bin ich ja so beim besten Verein der Welt. Von daher ist es völlig egal, wann man wo gespielt hat, wenn man jetzt im BVB ist. Und du? Deine nächste Liga? Bei der letzten Aussage kann ich mich auf jeden Fall schon mal anschließen. Bei mir war die letzte aktive Liga, in der ich wirklich gespielt habe, tatsächlich die Bezirksliga. Das war damals die zweite Mannschaft von Eintracht Solingen und schul- und studienbedingt habe ich eben auch hauptsächlich in dieser zweiten Mannschaft gespielt. Die erste Mannschaft hat damals in der Niederrhein-Liga gespielt. Da bin ich mal bei ein, zwei Spielen mitgefahren, saß dann da, aber auch eher auf der Bank. Das heißt, aktiv war es die Bezirksliga. Schaut ihr auch gerne Männerfußball? Ja, auf jeden Fall. Dann auch Borussia, natürlich. Was für eine Frage. Du auch? Ja, auf jeden Fall. Du auch? Ja. Gut. Ich kenne auch tatsächlich Fußball. Anderer Verein, aber das ist... Hi, was sagst du jetzt? Das sag ich jetzt. Sven, ja genau, eine Frage an dich aus dem Publikum. Was hast du gemacht, bevor du das gemacht hast, was du jetzt tust? Ich bin schon 15,5 Jahre, oh Gott, ganz schön lang bei Borussia Dortmund, hab da direkt nach meinem Studium angefangen und hab bis, ja bis die Abteilung gegründet wurde, 2020 im Marketing gearbeitet, hab lange Zeit Kinder- und Jugendmarketing gemacht, dann auch eine Walking-Football-Mannschaft aufgebaut, viele Events organisiert, bis in Berlin, dabei geholfen, Berlin-Schwarz-Gelb zu machen oder eine Saisoneröffnung zu organisieren. Von daher, ja, bei Borussia Dortmund bin ich da schon lange dabei, hab aber selber tatsächlich früher auch Fußball gespielt und ich weiß noch, als ich angefangen hab, 2007 war meine erste Frage, da war ich noch aktive Spielerin, gibt's hier eine Frauenmannschaft, wieso kann ich nicht für meinen Herzensverein Fußball spielen und deswegen war ich auch 2019 direkt zur Stelle, als es dann darum ging, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, sehr schön. Gut, ja, das waren alle Antworten von unserem Publikum, heißt also, wir sind mit der Veranstaltung für heute durch. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für euren Besuch und das angenehme Gespräch, die tollen Antworten und Einblicke, die ihr uns gegeben habt und weiter viel Erfolg dann für euch dann in der laufenden Saison und in der weiteren Entwicklung von eurem Frauenfußball-Weib-Russia Dortmund. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss in die Runde. Tschüss. 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 Tschüss.